Hallo, Servus und herzlich willkommen zu der Rider, featuring der Jogel und der Bulb-Boy, Episode 2. Wir haben gerade dieses langarmige Irgendwas kaputt gemacht, was zur Folge hatte, ich habe das erst gar nicht überdissen, Jonas habe ich dann aufgeklärt. Das ist Gott sei Dank nicht zu sehen, weil ich habe mich so gut gestellt habe geweint. Genau, Kinder werden nicht von Storchen gebracht. Genau, und dementsprechend bin ich jetzt glücklich. Das Vieh ist quasi nur eins gewesen, also ist es natürlich demzufolge hier gar nicht mehr zu erreichen. Beziehungsweise erreicht es uns nicht mehr. Und wir können jetzt frei umherlaufen, obwohl uns das momentan noch gar nichts bringt. Wir können nichts tun. Aber, da guck mal, Söckchen und Schlüpfer, tatsächlich. Also es ist doch ein Söckchen. Es hätte auch ein Helm sein können, ne? Achso, ja, aber hier ist noch ein Schlüpfer und das sieht genauso aus. Okay. Auch das platte Wildschwein. So, wir können das nicht nehmen, aber wir werden jetzt einfach mal in den nächsten Raum gucken. Und nicht mal essen. Echt ein bisschen schade, dass Couch-Kathrin nicht da ist. Ja. Die wird das wirklich lieben. Wieso habe ich eigentlich schnell meine Hand hier an der Tastatur? Ich brauche das hier gar nicht. Wir vermissen dich. Weiß Couch-Kathrin. Die Bon ist geraucht. Oh nein. Hat der Opa gedaucht? Wer hat Opa gedaucht? Kann der sich ja nicht selbst rauchen? Vielleicht hat das auch... Vielleicht hat es einfach mal wieder übertrieben. Komm, lass mal Opa besuchen. Opa? Oh nein. Die Crap-Five hat witzig gestoßen. Au. Beda. Hey, Beda. Sag mal auf die Beda. Der Beda. Okay. Okay, Schluss. Okay. Wollen wir mal wieder ernst machen. Immerhin geht es hier um Beda. Beda-Boy. 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 Da sieht es aber ziemlich fertig aus hier alles. Was sagt unser Fisch? Haben wir den gefangen? Haben wir keine Schublade? Ja, genau. Wollen wir erst mal in die Schublade noch schauen. Ja. Beda-Boy. Natürlich. Kippen, Stummel und Maden, wie man es kennt. Ey, ist ein Fisch. Ist aber nicht unser Fisch. Nein. Ist ja jetzt tot. Keine Ahnung, aber vielleicht... Ja. Können wir irgendwas anklicken, nicht, oder? Nee. Aber vielleicht können wir jetzt die Zähne wiederholen. Warum auch immer. Oh ja. Beda-Boy sagt... Ist das eigentlich eine Monotitte da auf dem Bild? Eine was? Eine Monotitte? Das kann sein. Wollen wir mal Opis Wasser auf Opi schütten? Ey, Opis Zähne mit Wasser auf Opi schütten. Sieht doch gut aus, oder? Wir befüllen die Bon mit Wasser. Jetzt wird Opa geraucht. Ist der beste Folgentitel aller Zeiten. Komm, Opa. Oh Gott. Es geht ihm wieder besser? Er verhält sich merkwürdig. Ih. Was war das denn? Boah, boah, boah. Was war das denn? Opa hat sich verwandelt. Opa ist gar nicht mehr die Bon, für die ich ihn gehalten habe. Ach so, jetzt nimmst du es nicht, oder wie? Das ist ja widerlich. Och. Und der Fisch ist auch tot. Das quält man gar nicht. Ich schraub mich mal da drauf. Ich schraub mich mal ein. Und jetzt hüpf mal oben da rein. Ja, oder auch nicht, ne? Ach, jetzt kannst du vielleicht da hoch... Ja. So. So. Und nicht anders. Naja, oder auch nicht. Er ist halt ein ziemlicher Schwächling. Aber er kommt schon hochlangsam, aber sicher. Und so begab es sich... Was jetzt? Sind wir jetzt wie bei manchen anderen einfach... ...auf so ein Vergnügungs... Sind wir jetzt ein kleiner Junge? Ja. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir weiß. Ja. Was? Das ist eine Rückblende. Ja, scheint so. Ball. Und was ist das? Das ist ein... Ich hab Ball. Wo ist denn eigentlich auch mein Haustier? Das hat er doch da... Ach so. Ja. Gut. Also, also... Ja. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es jetzt ist. Aber gut, ich... Ganz klassisch hier, Ei mit... Mit Kockel. Was ich dir gerade noch erzählen wollte, diese geile Wartemusik, die haben wir... Ich hab mal mit... Mit meinem Bruder... So ein Gesellschaftsspiel gespielt, der konnte sich einfach nicht entscheiden. Handy rausgemacht und diese Musik an. Und dann saß er da so und hat so überlegt... Hast du Baseball gesagt? Ja. Oder? Ich dachte, dass ich so angehört. Du meinst die Jeopardy, Wartemusik? Ja, genau, genau. Und dann saß er halt da... Und da hast du überlegt... Und im Hintergrund die ganze Zeit immer so... Ich glaube, er konnte sich noch viel weniger konzentrieren. Schöne Grüße an meinem Bruder. Hallo, Bruder von Joke. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Ja, super. Das war so klar. Pansen, ey. So, nee, aber dann... Hetze... So. Da springe ich doch einfach mal in den Brunnen. Okay, also wir ziehen das Ding nochmal drauf. Ja. Und packen wir das Körbchen dran. Genau. Können wir in das Körbchen auch das Ei packen? Ähm. Ne? Ne. Vielleicht können wir da irgendwas fischen. Ja, Wasser zum Beispiel. Können wir das Ei irgendwie reinspeisen? Ne, das bringt nichts. Du willst immer ein Ei in den Brunnen legen, ne? Ist da jetzt Wasser drin? Nein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso können wir denn das Ei nicht reinlegen? Ich will ein Ei in den Korb legen. Ich will auch in mein Ei legen. Da hinten ist das Haus von innen. Die riesige Erdnuss. Ah, gut schauern. Jetzt wird gebulbt. Uuuh. Uuuh. Ne Bulb, boah. Ja, dem lege ich ein Ei ins Nesto. Ah, vielleicht kannst du... Das da rein? Ne. Können wir tauschen mit ihm? Äh, kannst du das Ei in das Loch tun? Ja. Ach, Jonas, wenn ich dich nicht hätte. Dann... Ich wäre eierlos. Ja. Äh. Ja. Das... Aber... Das war gut. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Ich auch nicht. Kann ich jetzt irgendwie nicht. Kann ich jetzt nichts benutzen, okay? Okay. Fliegt das Ding jetzt noch irgendwie mit mir mit, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber du musst... Ja, er will den Ball haben. Ach, schau. Ah. Klick. Komme, Battle Boy. Wahoo. Okay, schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Schauen wir mal. Dass er da... Ah. Aha. Und jetzt das Ei schnell rein. Und jetzt packst du das Ei rein. Ja. Weil sonst schnappt er sich ja nicht... Oh Gott, ist das traurig. Oh nein. Zurück, ihr wilden Bienen. Tschau. Oh. Oh, guck mal. Es ist sehr glücklich. Mein Anker zu dem wird sterben. Ja. Du würdest nur noch ein quiekenes etwas hier neben uns finden. Jetzt kann sie ihn den Ball zuwerfen. Baseballteil, ja. Bissi Bördel. Bissi Bördel. Übrigens hatte ich den Korb noch im Wasser, ja. Extra bewusst. Vorher sich das Spiel entschieden hat, den Korb wieder hochzufahren, glaube ich. Oder hatte ich den nicht unten? Ne, ich glaube, ich hatte tatsächlich oben. Whatever. Jetzt wird er gefangen. Und jetzt, wenn er drin ist, muss er nur hochziehen, oder wie? Ja, und jetzt? Muss ich jetzt abwarten? Ich weiß es nicht. Du musst bestimmt irgendwas machen. Das ist viel zu... Hä? Der... Hä? Aber... Wenn... Jetzt! Da! Da, da, da! Oh. Oh. Ich habe schon gedacht, ey. So, wenn ich von hier aus schmeiße, ist er dann nicht so blöd? Nein, nein, nein. Wenn du den Ball beim Opa oben reinsteckst. Achso, jetzt passt er. Die Bon, da war die Welt noch in Ordnung, Jonas. Da war die Bon noch rei. Richtig. So gut. Und jetzt ist der Tod. Händchen, das ist der Händchenzahn. Und es flog mit dem Händchen davon. Das bleibt sich. Das ist wie... Das war noch die guten Zeiten, wo Hähnchen mit Seifenblasen durch die Lüfte flogen. Also. Das war gut. Und jetzt? Jetzt ist der Opa ein komisches... Wo lande ich jetzt? Kackvieh. Auf dem Scheißhaus. Oh, ich dachte, jetzt macht er wenigstens sowas wie ein Geräusch, ne? Oder eine Bewegung. Was ist jetzt hier? Ein Burger. Nicht der Burger. Okay. Können wir den Burger nehmen? Ja. Er schmiert sich... Er schmiert sich... Was zum Allerf. Er hat sich Ketchup auf die Hand geschmiert scheinbar. Geil. Das mache ich auch immer. Äh, konntest du noch was auf... Ja, ein Messer. Cool. Wie gut. Mein Gott. So wie ich halt sich klein war und die ganzen Kleinkinder abgestoßen... Nein. Nein, nein. Kinder, doch dir keine Angst vor dem Jonas haben. Genau. Komme ich jetzt vom Tisch runter. Heute mache ich nur erwachsen. Äh. Du kommst nicht mehr vom Tisch runter. Kann ich den jetzt mit dem Messer irgendwie benutzen vielleicht? Ich weiß es nicht. Weil wenn er gar so blöd ist... Nee. Nee, kann ich gar nicht mehr benutzen. Okay. Dann nicht. Okay. Dann... Aber irgendwie müssen wir doch vom Tisch runter. Schauen wir mal, ob du irgendwo am Rand... Ja, wahrscheinlich hier... Ja, oder einfach so, ne? Warum nicht? Jetzt ins Scheißhaus. Passiert da irgendwas? Nee, wieder nicht. Okay. Dann weiter. Hm. Da gucke ich wie hier. Und durch die Aube. Ejo. Hat jetzt seinen Kopf in den Schweinekopf gesteckt. Ja, klar. Äh, kannst du den auch schneiden? Ich schneide gerne, Sandra. Deswegen nennt man mich auch den Stecher. Nein, will ich nicht. Den Schneider. Okay, warte mal. Eier? Nehmen wir immer gern. Ja, für die... Achso, scheiße, Entschuldigung. Ich bin zu flut aus. Nee. Du konntest doch gar nichts mehr nehmen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, man kommt ein bisschen nach oben noch. Ja, schauen wir mal. Ah, da links. Diesen Sack. Vielleicht kann man den aufschneiden. Vielleicht kann man den aufschneiden. Sauber. Das würde ich ja auch machen. Okay, ich glaube, wir können wieder gehen, ne? Das erscheint logisch. Ja, klar. Dann dir weh raus, ne? Ich bin so froh, dass wir nicht mehr in unserem alten, ähm, Gebäude sind. Kennst du die noch? Dann musst du kurz, weil ich sie gerade sehe. Das waren so alte, kleine Glühböhmchen-Dinger, die du aufladen konntest. Also da war ich noch sehr klein. Äh, Moment. Ah, das ist das Viech von eben, das ist das Gedärm weg. Wow. Ich glaube, wir sind tot. Okay. Okay, wir können also... Ich würde fast sagen, wir können also sterben. Wir können sterben. Ich würde fast sagen, an dieser Stelle machen wir kurz Pause wieder. Ich würde es auch sagen. Und überlegen wir uns, was wir in der nächsten Folge damit machen. Hei, hei, hei. Da müssen wir uns mal vielleicht verstecken, oder ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Wobei wir haben ja diese... Ich glaube, wir müssen diesen Kuchen machen, weißt du? Das. Ach, ja, vielleicht. Das sehen wir dann gleich. Wir müssen gucken in der nächsten Folge von Bald Boy. Und Jonas und mir, Heider. Und deswegen Heider, out.